hallo und herzlich willkommen zu diesem video und zwar hier geht es um entspannung für den körper eine wunderbare übung und in der form oder in einem bisschen abgewanderten form können wir das wieder zeigen zwischendurch irgendwo machen wenn wir uns was gutes tun wollen weil die anforderungen des tages sowieso sehr viel kraft und leistung von jedem verlangen deswegen ist es ab und zu ganz gut sich auch mal etwas zeit zu nehmen um seinen körper zu entspannen und wir machen jetzt gleich die übung das weiß ich setze mich hier auf meinen platz wie ich schon in verschiedenen anderen videos erfährt wie in der meditation und dann schließe ich die augen und schenke mir selbst jetzt meinen körper die ganze aufmerksamkeit und anfangen tue ich mit dem atem einatmen und ausatmen entspannt wichtig dabei ist bei diesen atemübungen wirklich die entspannen ganz sanft einatmen über die nase und dann ausatmen und entspannen und in die entspannung immer die also und in das ausatmen die entspannung rein legen alle Gedanken was ich an mir ziehen denn jetzt ist meine konzentration eine aufmerksamkeit bei dieser übung voll und ganz und ich fange an oben mich auf die oberste schädeldecke zu konzentrieren und entspannen und entspannen und entspannen und so gehe ich langsam nach unten vom kopf runter zuerst links Richtung ober dann nach rechts dann nach hinten bis zur nacken wichtig bei der übung ist dass man wirklich die entspannung rein liegt und erst weiter geht wenn man sich selber spürt diese entspannung spürt es kann natürlich eine weile dauern der übung bis du diesen spürsinn entwickelst und dann gehen wir vorne runter bei den augenbrauen zu den augen und hier den bereich im mund selbst an das kind ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch um zu erklären ansonsten kannst du dir wirklich wirklich zeit nehmen und hierzu entspannst du dein ganzes gesicht so richtig ist so richtig gut alles spannen raus und jetzt gehen die schulter über den halb langsam und dann gehe ich runter in der mitte Richtung brust und entspannen dann links und rechts deine brust und dann In Höhe der Brüste entspanne ich meine Arme, Oberarme zugleich. Und jetzt gehe ich runter in den Solaprixus. Und zugleich entspanne ich auch die Unterarme bis hin zu den Hirn. Ich merke direkt an, dass meine ganzen Hände, alle Finger entspannt sind. Ideal fliege sie so ineinander, ganz entspannt in so eine Schale. Und jetzt gehe ich von Solaprixus runter, denke in den Talbereich, entspanne mich. Und dann gehe ich runter in Richtung Steißbein. Und dann Richtung Oberschenkel. Hin zu den Knie. Oberschenkel. Runter, Unterschenkel bis zu den Knöten. Lang unten die Fußsohle. Ich spüre die Verbindung zum Boden ganz entspannt. Und jetzt entspanne ich den Körper als Ganzes. Und konzentriere mich, soviel es mir am leichtesten zuerst so auf den Lacken und Hinterkopf. Und wenn ich mich fallen lassen würde, dann lasse ich mich so rein sinken und diese entspanne. Und dann öffne ich die Augen. Man merkt, wie hier entspannt. Alles ist auch leicht so. Im leichtem Gefühl drinnen. Wieso man aufstehen, so dieser Zustand zwischen Schlaf und Ach werden, so ein Gefühl ist das. Und jetzt konzentriere ich mich. Eine gute Übung ist dann auch so geistig. Nach oben zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder sich einen Gegenstand nehmen. Ein bisschen auf den konzentrieren. Auch das hier und jetzt wieder kann ein Weilchen dauern, bis man zurückkommt. Je nachdem wie tief du entspannt warst. Und du hast dann deine Übung hinter dir und kannst wieder langsam in deine tägliche Leistungskraft zurückkehren. Und dein Tagwerk vollbringen. Bis zum nächsten Video. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis dann und Tschüss. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020